Mein Name ist Tom und ich war Sammler. Man könnte sagen, ich habe Eindrücke gesammelt. Die Schönheit der Dinge hat mich schon immer fasziniert. Das Alltägliche, die Kleinigkeiten, die man häufig übersieht. Es gibt drei Grundfarben. Ich habe versucht, sie in allen möglichen Variationen wahrzunehmen. Denn was wäre die Kunst ohne ihre Farben? Doch die Farben der Erinnerungen können verblassen. Genauso wie die Erinnerungen an dich. Und an unsere Familie. Und an unsere Familie. Wie bereits erwähnt, ich habe Eindrücke gesammelt, um nichts, was ich je gesehen habe, zu vergessen. Mein Name ist Tom und ich bin seit 74 Tagen blind. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020